Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mit den Ergebnissen meiner Umfrage, was für euch guten Erwachsenenreitunterricht ausmachen würde. Und da habe ich eine ganze große Vielzahl von E-Mails, Kommentaren, WhatsApp und sonstigen bekommen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich dann doch das Gefühl hatte, ich habe mit dieser Anfrage so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. Und ich möchte da euch jetzt die Ergebnisse präsentieren und daraus dann, wie gesagt, an entsprechender Stelle vorstellig werden. Und bei dem Video wünsche ich euch dann heute sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr findet euch wieder. Vor einigen Wochen hatte ich aufgerufen, mir mal zu schreiben, welche Anforderungsprofile für euch guten Erwachsenenreitunterricht ausmacht. Primär im Bereich der Reitschulen für Späteinsteiger, Wiedereinsteiger oder eben halt fortgeschrittene ältere Reiter ohne eigenes Pferd. Und ich war ein bisschen überwältigt angesichts der ganzen Resonanz, die ich von euch bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich präsentiere euch heute hier die Ergebnisse, die ich wie immer, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich Rubriken gemacht habe. Und bei diesen Rubriken fangen wir jetzt mal direkt an. Und zwar, welche Anforderungen ihr an die Institution Reitschule, Reitbetrieb, Reitlehrerorganisation, Haltungsform und Ausbildung des Reiters, des Pferdes so habt. Und dabei kommt natürlich eins nach dem anderen. Und ich bin gespannt, wie eure Resonanz auf dieses Video ist, ob ihr euch da wiederfindet. Punkt eins, der euch sehr wichtig war, war die Haltungsform des Pferdes. Ihr wolltet gerne Pferde, die artgerecht gehalten werden, die in einem sauberen, gepflegten Umfeld wohnen, die regelmäßig Sozialkontakte zu weiteren Pferden haben, die im Prinzip auch artgerecht Weide-Peddock-Haltung erfahren dürfen mit vielen Pferdekumpels und die auch entsprechend dem Tierarzt, dem Hufschmied, dem Osteopathen und Sattler regelmäßig vorgestellt werden. Das war euch also sehr, sehr wichtig. Dazu muss ich noch sagen, nicht jedes Pferd eignet sich für die Offenstallhaltung. Wenn ich ein empfindliches Warmblut habe, ist es schwierig, den Wintertags draußen zu halten, in einer Offenstallhaltung. Da empfiehlt sich die Aufstallung, weil das Problem an der Sache ist, man muss immer gucken, wo kommen die Tiere her und wie sind sie gezüchtet worden. Und spätestens wenn ich einen hohen Vollblutanteil habe, tut es den Pferden nicht so gut, nachts draußen zu sein, während das zum Beispiel für einen robusten Isländer oder ein robustes Shetland-Pony mehr oder weniger eine Strafe wäre, nachts drinnen zu schlafen, wenn die Temperaturen in deren Augen gerade als angenehm heruntergehen. Das Zweite, was euch sehr wichtig war, war die passende Ausrüstung des Pferdes. Ihr wünschtet euch da einen passenden Sattel, eine passende Trense in einem entsprechenden Pflegezustand. Kann ich absolut nachvollziehen. Habe ich brüchiges, ungepflegtes Leder, hat das Pferd auf der einen Seite die größere Chance, dort Steuerstellen zu bekommen. Das war das Erste. Einmal einem brüchigen Zügel oder einem brüchigen, ausgefransten Bügelriemen würde ich mein Leben auch nicht anvertrauen. Auch dieses überall in den Steigbügeln Gummis, gleiche Steigbügel, möglichst auch gleiche Steigbügelriemen waren euch noch wichtig. Ein Sattel, der noch nicht ganz so ausgenudelt ist, der auch wirklich nur für dieses Pferd ist, mit einem entsprechenden Angst-Panik-Riemchen und passenden Hilfszügeln. Das heißt, dass ihr auch nicht ständig durch den Stall rennen müsst, um irgendwelche Hilfszügel zu suchen, sondern so, dass jedes Pferd möglichst seine eigenen Sachen hat. So, dass ihr auch nicht gezwungen seid, irgendwelche verschwitzten Satteldecken vom Kumpel nehmen zu müssen oder euch die Sattelgurte, Steigbügel oder ähnlichen Kram zusammen zu suchen. Sondern, dass ihr im Prinzip fertige Sachen für jedes Pferd habt, wo man auch erkennen kann, die haben einen gewissen Pflegezustand. Dann kam da noch zu, die Sachen sollten, wenn möglich, nicht nur dem Pferd, sondern auch euch passen. Sitzt ihr auf einem Sattel, der vielleicht dem Pferd passt, mit einer 16,5er Sitzfläche, also man misst immer in Zoll, ja, dann passt das Kinderpupöchen da hervorragend rein. Ab einer Hosengröße 38, kann ich euch sagen, fängt es an, dort unbequem zu werden. Ja, auch das ist etwas, was mir hier sehr stark gespiegelt wurde, dass ihr euch da wünscht, dass die Materialien und die Ausrüstung nicht nur zum Pferd, sondern auch zum Reitschüler passen. Ja, ich weiß, dass gerade diese gepauschten Sättel so ein bisschen schwierig sind an der Stelle, weil sie gerade, wenn man einen etwas ausgebauteren Oberschenkel hat, mit vielleicht einem etwas kürzeren Bein, man dort wirklich ein Problem hat, im Pferd Platz zu nehmen. Da wünschte man sich dann an der einen oder anderen Stelle doch etwas, was jedem Reiter mehr Bewegungsfreiheit zugestehen würde. Dann gehen wir von da aus dann direkt zu dem nächsten Thema, was euch sehr wichtig war, und zwar war das die Ausbildung des Pferdes. Ihr wünscht euch gehorsame Pferde, sowohl auf der Stallgasse, dass ihr Pferde habt, die nicht treten, weißen, kratzen, spucken, sondern Pferde, wo ihr auch mal einen falschen Handgriff machen dürft, die vielleicht die Ohren anlegen und sagen, hey Mann, das war jetzt nicht so okay, aber die euch nicht direkt nach dem Leben trachten. Dann wünscht ihr euch Pferde, die auch stehen bleiben, wenn man aufsteigt zum Beispiel, die nicht direkt losrennen, wenn man drauf sitzt, die relativ ruhig und gelassen in allem sind, aber dennoch nicht ganz stumpf. Und da fangen so ein bisschen immer die Probleme an. Die meisten Lehrpferde haben irgendwann ein gewisses Phlegma, um die Vielzahl an Reitschülern Halt zu ertragen. Und da ist dann wirklich dieses, dass es sich empfiehlt, in den Reitschulen entsprechende Gruppierungen der Pferde vorzunehmen, welche die primär im Anfängerbereich für Longe und die ersten Reitversuche in der Halle genutzt werden, Pferde, die genutzt werden für die etwas fortgeschrittenen Reiter und dann diejenigen, die schon noch weiter fortgeschritten sind und etwas an sich und ihrer Feinabstimmung, der Hilfengebung arbeiten möchten. Denn nichts ist besser als ein gut ausgebildetes Lehrpferd. Und an der Stelle kommt auch immer wieder die Frage, macht es Sinn, ein Pferd Korrektur zu reiten? Denn ja, aus dem einfachen Grund, die Pferde stumpfen irgendwann ab. Ihr kennt das bei Fahrschulwagen, irgendwann kriegt man einen Gang rein, ohne die Kupplung zu treten. Und dann ist es immer wieder ganz gut, gerade bei den Pferden, die so in diesen fortgeschritteneren Bereichen eingesetzt werden, die vielleicht auch mal eine Adressur auf dem Turnier laufen oder die für Reitabzeichen eingesetzt werden oder dem Reiter beibringen sollen, wie reite ich ein Pferd in Anlehnung, wie forme ich als Reiter mit meinen Hilfen ein Pferd. So ist es doch immer wieder gut, wenn ein erfahrener Reiter draufkommt, der das Pferd an der Stelle noch mal sensibel einstellt und dem Pferd auch immer wieder mal erklärt, pass auf, ich muss nicht hauen, ich muss nicht treten, damit du angaloppierst, sondern du hast mal eine Hilfe erfahren, du kannst auch angaloppieren. Ich versuche jetzt hier auch möglichst geschmeidig zu sitzen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Korrektur nicht mit Hauen und Stechen und etwas tricksigen Mitteln wie Schlaufzügel-Trallala erfolgt, sondern dass diese Korrektur von wirklich erfahrenen Reitern erfolgt, die auch den Unterschied einer sensiblen, aber konsequenten Hilfengebung beherrschen, so dass das Pferd sich unter diesem Reiter auch wohlfühlen kann und dann auch hinterher mit lockerer Muskulatur unterwegs ist, weil das soll ja auch die Korrektur bewirken, dass das Pferd sich total entspannt und nicht mit Verspannung aus dem Beritt oder aus der Reitstunde bei dem fortgeschrittenen Rauter rauskommt, sondern wenn es geht, in einem besseren körperlichen Zustand, sprich in einem gymnastizierten Zustand. Dann war noch so ein Thema bei den Leerpferden, dass diese Pferde sowohl, was euer Gewicht und eure Größe angeht, für euch passen müssen. Eine Reitschule, die viel Kinderreitunterricht anbietet, die wird primär Ponys haben, aber nicht jeder Erwachsene kann Ponys reiten aufgrund seiner körperlichen Statur. Und da bietet mir die eine oder andere Reitschule leider nicht die richtigen Pferde. Ich kann nicht jeden Erwachsenen auf einen Hafflinger setzen. Ich kann nicht jeden Erwachsenen auf einen Norweger setzen. Ja, aber dafür benötige ich an der Stelle durchaus das ein oder andere Warmblut. Ist das nicht vorhanden, habt ihr leider auch ein Problem. Weil wir wollen natürlich auf lange Sicht, ist es die Sache, dass wir auch die Reitergröße und das Reitergewicht etwas wieder in ein Lot bringen wollen. Es wird irgendwann eine Regelung geben. Ich weiß, dass an öberen Stellen im Bereich Turniersport daran gearbeitet wird, dass die Reiter nur noch 10 bis 15 Prozent des Pferdegewichtes auf die Waage bringen sollen. Und mit zunehmender Übergewichtigkeit in der heutigen Zeit wird das wirklich schwierig. Ja, also das heißt, ein 600-Kilo-Pferd habe ich eine Person, die 10 bis 15 Prozent des Körpergewichtes des Pferdes nur haben dürfte. Dürft ihr euch jetzt selber ausrechnen, was ihr dann noch wiegen dürft. Und dann haben wir schon ein sehr stabiles deutsches Warmblut. Das nächste ganz, ganz große Thema, mit dem ihr dann gekommen seid, war die Organisation innerhalb der Reitschule. Und da scheint es wirklich Handlungsbedarf zu geben, weil die Geschichten, die ich da zu hören gekriegt habe, die haben mich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln lassen. E-Mails, die nicht beantwortet wurden, Anrufe, die nicht da waren, unfreundliches Personal, direkt abwiegeln, abwiegeln, so frei in der Motto, machen wir nicht, aber dann in einem Ton, wie es nicht möglich ist, vorbeikommen vor Ort, kein Mensch gibt einem Auskunft, alle sagen, ja, schließ dich mal da der Kinderreitstunde an und, und, und. Ja, also da scheint es, was die Organisation und die Wertschätzung von euch als Kunde angeht, durchaus noch Handlungsbedarf zu geben. So, was ihr euch wünscht, wenn der Erstkontakt dann erfolgreich war und ihr da seid, ist natürlich auch, dass ihr entsprechend von Fachpersonal empfangen werdet. Und ich sage jetzt mal direkt Fachpersonal. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als erwachsener Mensch, der das vielleicht 40. Lebensjahr vor Ende zu haben, von einer Elfjährigen erklärt zu bekommen, wie er was zu tun hat. Wenn ich aber eine fachliche Frage stelle, die mich einfach nur anguckt, zu frei in der Motto, das haben wir schon immer so gemacht, was willst du eigentlich? Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ihr sollt ja nicht von Kindern unterrichtet werden, sondern von möglichst Menschen, die auch schon Auto fahren können und euch auch fachlich Rede und Antwort stehen können. Und da war dann wohl das nächste größte Manko, dass das auf Steiergassen wohl überhaupt nicht so gegeben ist, dass man dort auch Fachpersonal trifft, sondern dass da immer irgendein hektisches Gewusel ist, aber keiner einem eine fachliche fundierte Antwort geben kann, warum das so ist, was man da gerade so tut. Und dann kommen wir gerade auch noch zu dem Punkt, der euch auch sehr wichtig war, und zwar, dass ihr auch auf der Steiergasse fachlich begleitet werdet, im Prinzip schon als Einstimmung auf eure Reitstunde, dass ihr dort schon erfahrt, was machen wir gleich, worauf muss ich jetzt hier beim Satteln achten, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, schon beim Fertigmachen eures Pferdes, euch so ein bisschen fallen zu lassen, um euch mental auf die Reitstunde einzulassen. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem, das scheint also auch wirklich nicht überall gegeben zu sein, sondern war immer alles nur schnell, schnell, schnell. Dann seid ihr noch überfordert, weil vielleicht die Handgriffe nicht so funktionieren, dann seid ihr in der Reithalle und seid schon gestresst. Das ist Mist, Punkt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ihr wollt einen entsprechenden Vorlauf, ihr kommt lieber eine Stunde früher, püsselt ein bisschen rum, sprecht mit den Leuten, stimmt euch auf die Reitstunde ein und dann geht ihr in die Reitstunde. Und das wollt ihr, wenn möglich, auch fachlich begleitet. Das nächste war dann das Verschnallen von Bügeln, Ausbindern und Sonstiges. Wolltet ihr auch gerne, dass das begleitet wird, damit ihr da nicht jedes Mal wie Piefkendorf auf dem Pferd sitzt und dann so gesagt habt, das ist aber falsch und das ist falsch und das ist falsch. Ja, also ihr wollt auch da die konsequente Begleitung vielleicht mit der Erklärung, warum man was wie macht oder warum man was wie einstellt. So, dann war so die Frage natürlich, wie soll so eine Reitstunde ablaufen? Also ihr wolltet gerne ein Thema haben, ihr wolltet auch gerne in kleinen Gruppen arbeiten, das heißt ein bis drei Personen. Wenn diese ein bis drei Personen nicht zustande kommen, war euch wichtig, dass ihr zumindest unter Erwachsenen bleibt und nicht, dass ihr als einzige 40-Jährige zwischen den 8-9-Jährigen reiten müsst, weil es gibt nichts Frustrierenderes, als zwischen den Kindern aufzufallen. Wir sind motorisch nicht mehr so fit wie die Kleinen. Die Kleinen sind beruflich darauf ausgelegt, Bewegungen und neue Dinge zu lernen. Uns fällt es uns schwer. Wir wollen verstehen, was wir da machen. Die Kleinen kommen prima mit Frontalunterricht klar und die setzen das dann um. Das ist bei so einem Erwachsenen, führt das eher zu Ängsten, zu, na, was soll ich denn jetzt wirklich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann kommt die Scham dazu, ja, mache ich das denn richtig? Kriege ich das denn jetzt rechtzeitig gespiegelt, ob ich das jetzt richtig oder falsch mache oder nicht oder doch, ja. Und das ist im Prinzip genau das Problem, dass viele Erwachsene mit dem Kopf reiten und dass ich dort ein fundiertes Personal in der Halle stehen haben muss, dass immer wieder von der Fragestellung und aus dem Kopf heraus alles richtig machen wollen, die Reitschüler abholen, dass sie nicht zu viel über den Kopf erledigen wollen, sondern sich eine Chance geben, zu fühlen, was ihr Pferd benötigt. Und das ist genau das große Problem an der Sache, weil wir müssen bedarfsorientiert in einem guten Timing, in einer entspannten Atmosphäre mit dem Pferd in einen Dialog treten. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Wird zu viel über den Kopf gesteuert, nehme ich mir selber die Chance zu fühlen. Ich sage mal, das wissen die meisten Lehrer. Deswegen ist es immer noch leider häufig so, Schnauze halten, mach doch einfach. Das Problem an der Sache ist, dass die Leute nicht verstehen, warum es jetzt an der Stelle sinnvoller wäre, einfach sich mal die Zeit zu nehmen und einfach mal in diese Bewegung mit reinzugehen. Aber auch das kann man erklären, nur mal so für alle Ausbilder, die hier vielleicht zuhören, zuhören, warum das so rum manchmal auch besser ist. Wenn man das mal einfach anspricht, warum man nicht alle Schritte erklären kann. Dafür ist Reiten zu komplex. Ihr könnt 16 Schritte maximal verarbeiten. Und wenn ihr dann anfangt, in die Bewegung des Pferdes einzugehen und eure Füße machen, was sie nicht machen sollen, euer Oberkörper macht, was er nicht machen soll, eure Arme machen, was sie nicht machen sollen, dann merkt ihr schon, dann kommt noch der Reitlehrer mit irgendeiner Hufschlagfigur, das Pferd will nicht antreiben, ihr kommt überhaupt nicht klar. Und ihr merkt schon, dann habt ihr viel zu viele Informationen auf einmal, die euer Gehirn überhaupt nicht umsetzen kann. Ja, und an der Stelle ist es dann auch wichtig, dass ihr einmal eurem Ausbilder vertraut werdet, der sagt, so, jetzt versuch einfach mal Augen zuzumachen und jetzt fühl mal und dann versuch in die Bewegung reinzukommen. Deswegen finde ich es auch so essentiell wichtig, guten Longenunterricht vorne heranzustellen, damit diese Bewegungsmuster bereits in eurem Körper sind. Habt ihr den Longenunterricht nicht und euer Körper hat dieses Gefühl für die Bewegung des Pferdes und die Grundbefehle noch nicht aufgenommen, kann ich euch sagen, ist die Überforderung im Gruppenunterricht vorprogrammiert. Ja, also seid da auch nicht zu ungeduldig mit euch selber. So, natürlich wollt ihr auch gerne nicht die Nummer XY auf Pferd XY sein, finde ich auch immer, fand ich als Kind schon grausam. Eh, du da auf der Dora. Gruselig. Ihr habt einen Namen und ich finde, für eine gute, vertrauensvolle Ausbildung ist es auch wichtig, persönlich angesprochen zu werden und manchmal hat Reitunterricht auch etwas Intimes. Wenn ich zum Beispiel Hüftprobleme habe oder Ähnliches und das vielleicht in der Gruppe nicht breittreten möchte, möchte ich vielleicht auch mal in ein kurzes Zweiergespräch mit meinem Reitlehrer eintreten und sagen, hör mal zu, ich habe hier und da und da, ist so ein bisschen schwierig bei mir. Ich hasse das so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, deswegen, also ihr müsst nicht alle Probleme in der Gruppe breittreten, sondern sucht da wirklich auch den Einzeldialog des Reitlehrers und das war auch etwas, was euch ganz, ganz wichtig ist, gerade auch, wenn es um etwas schambehaftete Themen geht. Ja, das kann auch zum Beispiel das Thema Angst sein. Sprecht es vorher an, dass ihr Angst habt zu galoppieren. Sprecht es vorher an, dass ihr Angst habt auf dem Pferd XY und dann wird euch euer Reitlehrer in der Stunde, wenn er pädagogisch gut ist, auch entsprechend begleiten. Ja, es hilft nicht immer, die Ängste zu vermeiden, sondern reingehen und das Vertrauen zum Bodenpersonal zu haben, dass die wissen, was sie da tun, damit ihr euch auf dieses Experiment dann auch einlassen könnt. Und dann werdet ihr auch gestärkt aus der Sache rausgehen. Und das ist dann das Nächste. Diese Ansprache des Ermutigen, des Lobens, des Erklärens und das, das machst du schon ganz gut, aber so wäre es besser. Ja, dass im Prinzip auch Kleinigkeiten, als richtig tituliert werden, sondern euch hilft es nicht, wenn gesagt wird, na, jetzt spreiz mal die Zehen, dadurch kriegst du mehr Spannung in die Wade und dann kommt nichts mehr. Sondern da fehlt euch dann dieses, so, das Gefühl, was du jetzt hast, das ist gut, das sieht super aus, das ist gut. Nimm das mal mit in dein Popometer auf. Ich nenne immer, das ist das Popometer, das ist das wichtigste Instrument des Reiters. Das ist das Speicherorgan für die Gefühle beim Reiten, für den eigenen Körper und für das Pferd. Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass ihr, ihr wünschtet euch da einen konsequenten Dialog mit dem Reitlehrer, kein Frontalunterricht. und genau so wollt ihr auch gerne den Reitunterricht beenden, zu sagen, das müssen wir noch ein bisschen verbessern und das hast du heute das erste Mal richtig gut gemacht. Das heißt, ihr wollt auch ein Feedback, damit ihr eine Idee habt, was schon richtig gut war und was noch nicht richtig gut war. Ja, manchmal hat man dann so ein Fehlgefühl im Körper oder man hat irgendeine Angewohnheit, die ist einem selber gar nicht mehr bewusst, weil unser Gehirn das so irgendwie abgespeichert hat. Deswegen brauche ich diese konsequente Korrektur und die konsequente Rückmeldung, ob es schon gut geklappt hat, um diesen einen Fehler zu vermeiden oder mir abzugewöhnen. Was euch weiterhin sehr wichtig war, war natürlich die Ausbildung des Reitlehrers. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein wenig entsetzt war ich, ich habe mehrere Zuschriften bekommen, die sagten, die müssen dressurmäßig was können. Ob die springen können, ist mir scheißegal. Puh, da habe ich echt an der einen oder anderen Stelle mal geschluckt. Aus dem einfachen Grunde, gerade die Springlehrer, ich rede jetzt nicht von denen, die ein 20 Mal übers gleiche Hindernis schicken, sondern ich rede da von erfahrenen, guten Ausbildern. Da haben die Springlehrer meistens mehr Ideen als die Dressurreiter, was die Erlangung eines Rhythmusgefühls angeht, was die Schulung gerade von ängstlichen Reitern angeht, weil gerade im Bereich Springen ist Angst ein ganz, ganz großes Thema. Da haben die Springreiter oder die Springlehrer meistens viel mehr Ahnung, viel mehr Möglichkeiten, sind viel sensibler, schaffen es einfach auch eine bessere Verbindung aufzubauen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von denen, jetzt hau einen drauf und jetzt kommst du nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, sondern ich rede von denjenigen, die mit ihren Reitern sich im ganzen Parcours sicher erarbeiten können. Und die geben in der Regel auch vernünftigen Dressurunterricht, weil die in der Lage sind, mit Ängsten umzugehen. Die sind in der Lage, euch ein gutes Rhythmusgefühl zu geben. Die sind in der Lage, auch nochmal schwierige Situationen aufzugreifen und die greifen auch viel eher zu Hilfsmitteln, wie Hütchen, wie Stangen, wie kleine Cavalettis oder ähnliche Sachen. Da kommen viele Dressurausbilder gar nicht drauf. Die sind da relativ ideenlos an der Stelle, während ich gelernt habe, dass die Springreiter dann schon mal mit einer Stange wirklich eine Ecke zumachen und sagen so, jetzt trapp da mal durch und dann fühl mal, was dein Pferd macht. Ja, weil das sind natürlich auch die Linien, die sie mit ihren Reitschülern immer erarbeiten müssen, damit diese gerade über einen Sprung gehen. Also deswegen war ich so ein bisschen entsetzt darüber, dass hier im Prinzip so die Springlehrer so verteufelt wurden, weil meines Erachtens sind das eigentlich die, die ideenreicher sind, abwechslungsreicheren Unterricht geben und vielleicht auch nochmal eine unkonventionellere Vorgehensweise haben. Wie gesagt, ich rede da wieder von denjenigen, die ihr Handwerk auch wirklich gut verstehen. Zum Thema Dressurausbildung wünschtet ihr euch da Reitlehrer, die euch auch entsprechend abholen, euch die Hilfen sauber erklären, die theoretischen Hintergründe kennen und, und, und. Zum Thema Reitlehrer hatte ich ja bereits schon mal ein Video gemacht. Das hänge ich hier in die Beschreibung einmal rein, genauso wie man eine gute Reitschule erkennt. Da waren dann auch nochmal so zwei, drei Tipps dabei. So, ich hoffe, ihr konntet euch in dem heutigen Video wiederfinden. Es war viel, ich weiß, ich habe schon versucht, mich hier ein bisschen zusammenzureißen. Aber das ist ungefähr das. Mit dem Zettel werde ich dann losmarschieren und gucken, ob ich irgendwo ein Modul hinbekomme, das entsprechend vielleicht in die Trainerausbildung mit rüber gerettet wird, beziehungsweise ob ich da an der Stelle vielleicht etwas für euch erreichen kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei den Pferden und dann bis nächste Woche. Tschüss!